so moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge banana fishbone beziehungsweise my friend petro und ja dank für den hinweis dass die lautstärke letztes mal zu laut war ich habe es mir schon angepasst ich hoffe so müsste es eigentlich funktionieren ich voraus also wir sind direkt hier noch in diesem film geländen wir gehen weiter es scheint hat sich denn hier ganz gut eingelebt die leuten meinten er wollte über ein königreich herrschen selbst wenn das lehrer wäre okay okay das ist auch nett quatsch grüße an über die durch das ist auch echt übertrieben beiden wundern sich wahrscheinlich eigentlich übertrieben aber ich bin ich sage ich bin der geilste typ der etwas erschießen kann wir hinten überhaupt okay wo gibt es mir leben alter ist geht das naja in jedem level was neu ist aber das ist schon ein bisschen übertrieben das ist schon ein bisschen leben gelassen war gar nicht mehr absicht klar na gut aber ist nicht so schlimm dann haben wir ein bisschen mehr leben john buchstein den penner drüben ja nicht jetzt aber da kann ich so treffen wie komme ich denn ok scheiße warte ok leider haben wir schon leben verloren aber das ist doch echt geil ne den genner gegner dreht natürlich cool okay es war natürlich zu nah fast schon wir müssen eh hier weiter ne ok auch alter da muss man auch ein bisschen schwingen hier da aber oh nein oh ok nochmal 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 jetzt können wir hin zack nein ok level abgeschlossen so kann man auch rauskommen ja wie cremig geht an als ich weiß aber immerhin level geschafft Ich kann nicht glauben, dass schon wieder Weihnachten ist. Dieses Jahr habe ich dir gar nicht ein Geschenk gekauft. Also habe ich dir ein Gedicht geschrieben. Rosen sind rot, Feilchen sind blau, Gras ist grün, Eier sind weiß, aber innen gelb. Komisch, ich arbeite doch dran, super gut ist es nicht, aber wenn es nett ist, wollen wir ein paar andere Waffen? Alter, ich habe den Schotten aufgenommen, wie gut ist das denn? Und ein Spritzkill. Ich hoffe, das ist schon ganz geil. Bist du, Kai, war es doch schon wieder dein Magen? Hatte ich auch sehr schnell Energie, ne, hat man gesehen? Alter, wie die zerfetzen, oder? Nein, der ist nicht blutgeil oder so, aber es ist schon... Kann ich die Munition rein, soll ich mich hoch springen? Nee, schade. Komm schon. Okay. Alter, aber wenn die einen treffen, dann tut es auch weh, ne? Soll ich auch mal sagen. Na, okay. Alter, da oben ist Leben. Da hab ich da in dein Leben ran. Na, komm ich nicht ran. Nicht so. Komm ich echt nicht hoch, scheiße. So krieg ich nicht, ne? Das ärgert mich ja. Warte mal, ich versuch mal was. Ne, da komm ich nicht drüber. Scheiße. Ihr hört irgendwas? Und da komm ich schon. Easy peasy. Oh. Da ist man sich dumm. Tut eigentlich nicht da hoch springen. Egal. Sehr gut. Cool. Ja, klar. Das cool war ja auch ich. Leichte Beute. Ich kann hier was wegballern. Warte mal. Ja, das war es wohl. Schönes Fasskill. Also mit der Schrotten kommt mir fast schon zu leicht vor, aber. Zack. Oh. Hab ihn erwischt. Bis. Alter Schwede. Das war ich dann erkannte hin, da konnte ich natürlich nachladen. Aber das Leben gibt mir nicht, ne? Scheiße. Okay. Scheiße. Ich wollte mich drehen, ich wollte mich noch drehen. warte mal. Warte mal. Warte mal. Zack. Ei jei jei. Weitkicken. Bam. Mann. So. Wie war das? War ich? Kann ich nicht durchrollen? Kann ich nicht. Ich muss erst diese Kiste wegballern. Ah. Okay. Komm ich durch. Jetzt. Ah. Da geht's mal Leben. Danke. Okay. Okay. Das war die Richtung. Gelenks. Level abgeschlossen. Ah ja. Schlechte Gesamtwerte, oder? Ja. Also ich glaube, man muss die ganze Zeit den Bonus hochhalten, wenn man überhaupt einen guten Abschluss bekommt. Das kann ich gar nicht. Da müsste ich ja durchrennen durch die Level. Ich glaube, es geht am besten, wenn man das schon ein, zwei Mal kennt das Level. Dann kann man auch durchrennen, aber so ist es wirklich zu schwierig, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das im ersten Anlauf, hm. Schon krass. So. Ja, das Büro muss hier irgendwo sein. Wenn wir der Spur vom Kopfgeld hier weiter folgen, müssten wir irgendwann dort eintreffen. Dann machen wir das doch. Oh. Das ist abgefuckt, das Ding hier, oder? Ein Skateboard. Ich kann sogar Trick machen, wie cool das ist, ja. oh mein skipper gut Quatsch, ich hab mich getroffen durch diesen Krass ist das denn? Ok Ah ok, warte mal, mach ein Ok Ok Ich weiß nicht was das gebracht hat, aber lieber weg beschießen bevor die es auf mich schießen Ok Ich hab ihn eingekillt da Achso Ok Ok Und dann Hallöchen Jetzt geht er springen Ok Ich fahr nicht hoch wenn es hier wird Ok Ok So Skateboard 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 Das ist gar nicht so, obwohl dann kann man wahrscheinlich schneller die Bonussachen machen ne Aber anscheinend Hätte ich doch mal ins Skateboard fahren sollen Yes Oh guck mal im Skateboard bin ich schon ein bisschen höher gekommen Oh Was ist denn da los? Ne B für Boy Gut Wir suchen das nächste Level Ob wir da bestimmt Müssen wir auch bald diesen Danny Boss mal finden da Den müssen wir auch platt machen noch Keine Ahnung was der kann Aber Wir können mehr Definitiv So Das ist ein interessanter Beruf Kopfgeldjäger zu sein Ich frage mich ob Zahne die Zusatzleistung Natürlich sind sie dir nicht dabei Zahne die Zusatzleistung Oh Drehn Shit Mist Da habe ich ein bisschen Ok Ok Okay. Okay. Na, Vegas? Uh. Haha. Okay. Ist er noch im Rahmen gewesen. Da ist ein... äh, ein Dings hier? Wie heißt das? Oh. 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 Okay. Kopf über! Oh. Na. Ah, ich weiß nicht, ich muss den Google ausweichen ein bisschen. Aber im Eifer des Gefechts vergesst, wir sind dauernd. Ist noch ein Leben. Oh, nicht vergessen. Oh, der Minusgeber mit. Super gut. Oh nein. Habe ich natürlich selber auch nicht Energie verloren. Oh, das ist ein Leben. Das ist ein Leben da drüben. Oh. Oh, warte. Das Leben nicht mit Füßen treten. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall mitnehmen. Puch. Oh, das ist ein Leben. Ja. Oh, ich hab dich oben gewischt. Kann nicht sein. Das können wir nicht so lassen. Das können wir nicht so lassen. Oh. Oh. so einfach geht das und das war es glaube ich wollen wir die freiheit ja das war schon wieder gutes stück was wir geschafft haben nicht schlecht nicht schlecht gucken was er noch kommt was spannend ist kann es aber machen wenn es nicht spannend ist dann warten wir noch bis zur nächsten folge glaube ich aber mal sehen ok da kommen dieses level machen auch hier ja weihnachten ok die schulden ist egal vom nachladen schießen das ist das ist gerade Alter Schwede Aber Leben war noch bekommen Das wird gar nicht so einfach gerade Wenn sie den Alarm aufzudrücken, dann passiert glaube ich nichts Keine Chance Leute Hier rüber Alle mitkriegen hier ne? Noch 10 Schuss Geht was aufhören Wir sind nicht mehr ganz auf der Höhe Erstmal eine andere Waffe wieder Geiler Gebe ich zu Ok Los geht's Ah Keiner hat den Alarm aufgedrückt Gut für mich Die Läden haben wir noch Ok 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 Ist die auch noch Schrott da rum? Wurde nichts ermalmt? Ok Sehr gut Gut Ja, aber das war's erstmal Haben wir jetzt was Neues gesehen? Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei Bis dahin, tschüss Ben Bedeut Abonniert 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 Vielen Dank.